Wow, überraschen kann der Markt und zwar in mehrererlei Richtungen. Bevor wir uns das aber hier bei den Amerikanern angucken, schauen wir uns erstmal an, was der DAX bisher gekonnt hat. Da hatten wir nämlich schon mal eine Überraschung mit dem, ihr seht das hier, Gap, was wir nach unten hatten. Deutlich seit gestern Abend ist der Kurs nach unten gegangen, der hatte sich dann eine ganze Zeit lang gehalten. Und jetzt heute Nachmittag mit dem, gucken wir mal schnell drauf auf den Kalender, mit den Nachrichten, nicht aus den Economy, sondern den Nachrichten, die wir gehört haben von FED-Chef Powell. Der hat ja ausgesagt schon in Amerika vor den Politikern und diese Rede, die da immer dann entsprechend veröffentlicht wird, die hat offensichtlich gezündet. Also wir sehen, dass das, was wir da gesehen haben, offensichtlich den Markt nach oben gezogen hat. Zumindest ist das durchaus mal hier zu erwarten, dass es damit in Zusammenhang steht, zeitlich allemal, denn der Kurs ist seitdem ordentlich explodiert. Also Überraschung erstmal nach unten, immer noch im Bereich der Unterstützung, jetzt im Moment nach oben. Und das, was wir uns jetzt gleich am amerikanischen Markt angucken, wird sicherlich auch noch ein gutes Stück durchziehen, dann für die anderen Märkte, also auch für den DAX Future. Also ihr könnt das dann gleich übertragen, natürlich auch auf den DAX, denn die Ideen, die sich gleich aus dem amerikanischen Markt ergeben daraus, die sind relativ ähnlich. So, und da wollen wir gleich in Medias Res gehen. Wir gucken uns mal den 5-Minuten-Chart an. Und ihr seht schon, das ist eine Zeichnung, die ist ungefähr zu diesem Zeitpunkt hier entstanden, nämlich die Erwartungshaltung, dass, wenn der Kurs wackelig nach oben kommt oder dreiwellig nach oben kommt, also so in dieser Art, dass wir dann nochmal auf die Short-Seite wechseln, denn die letzte starke Bewegung war ja abwärts. Das wäre die Erwartungshaltung gewesen, wenn das passiert wäre. So, und ihr habt es eben schon gesehen, passiert ist aber nicht das, sondern passiert ist das. Der Markt hat also auch nichts diesergleichen getriggert und damit ist die Short-Seite kaputt und zwar nicht erst seitdem der Kurs jetzt hier oben ist, sondern streng genommen. Relativ wenig wahrscheinlich, wenn wir diese Oberseite dieses Bereichs verlassen und ich sage mal, hier werden die Wahrscheinlichkeiten für die Short-Seite dann vorläufig extrem dünn. Also, das ist also für die Short-Seite nicht mehr geeignet. So könnt ihr das so einigermaßen zeitnah erkennen, also sprich, wenn wir diesen Trendkanal verlassen, so diese Symmetrien hier sozusagen, wenn er da durchgeht, hat man eine Frühindikation, dass es mit Short-Seite so nichts wird. Hier hat man eigentlich die Bestätigung und spätestens hier ist sowieso die Katzdebom-Nuff, wie der Schwabe sagen würde, auch wenn ich es nicht gut ausdrücke. Also, die Bewegung ganz klar nach oben, konnte man das vorhersehen? Also, ich persönlich nicht. Warum nicht? Naja, weil ich keine hellseherischen Fähigkeiten habe und der Markt vorher das nicht suggeriert hat. Das war eine starke Abwärtsrichtung. Das war zwar etwas schwächer nach oben, aber war ja auch noch nicht jetzt wirklich Drama. Das war auch noch eine starke Abwärtsseite. Ich hätte, wenn wir hier auf dem kleinen Bild schon sowas bekommen hätten, durchaus mir vorstellen können, hier schon irgendwo long zu gehen. Das haben wir aber nicht. Und da kommen wir jetzt an die Stärke oder Schwäche, je nachdem, wie ihr das seht, des Charts. Der Chart sagt euch nicht immer, was passiert, sondern der Chart zeigt, was die Marktteilnehmer machen. Und wenn die Marktteilnehmer auch nur näherungsweise gedacht hätten, wir warten mal ab, vielleicht ist es ja nicht so schlimm, dann wäre der Markt so verlaufen. Der Markt ist aber im Vorfeld der Nachrichten so verlaufen. Das heißt, die Marktteilnehmer sind mehrheitlich davon ausgegangen, dass das eher schwache Bilder sind. Das heißt, dass wir sogar auch hier nochmal die Abwärtsrichtung haben. Das heißt, dass das hier passiert ist, das wusste man im Vorfeld im Zweifelsfall nicht. Aber dadurch, dass es passiert ist, wissen wir, dass die Nachricht wirklich gut war. Zumindest mal von den Marktteilnehmern, als eine sehr, sehr gute Nachricht aufgefasst wurde. Und dementsprechend im Moment zumindest mal das bullische Bild offensichtlich das Bessere ist. So, also soweit das. Das kann man nicht immer im Vorhinein sehen. Also wer jetzt denkt, und viele erhoffen sich das von der Charttechnik, und wenn da jetzt da schon mal ein Profi sitzt, der das beruflich macht, dann muss der doch wissen, was als nächstes passiert. Nee, ganz ehrlich, das wissen wir alle nicht. In die Zukunft können wir nicht gucken. Aber wir können das einschätzen, was wir sehen. Und das, was wir hier sehen an Information, und zwar nicht Information, was Paul gesagt hat, sondern an Information, was die Marktteilnehmer aus dieser Nachricht gemacht haben, sagt mir, dass die Marktteilnehmer Bock haben auf mehr. Also nochmal auf den Anstieg. Also nochmal für weiter steigende Kurse. Also sehr positiv das Ganze. Das lässt ja hoffen, dass wir im Umfeld dieser Unterstützungsmarken nochmal meinen Hinweis auf mein übergeordnetes Video, was ich unlängst jetzt hier am Montag rausgegeben habe. Wenn ihr das also gucken wollt, schaut es euch an, zu den vielen Unterstützungsmarken, die wir da jetzt aktuell im Markt liegen haben. Das kann da helfen. Wir bleiben aber im kurzfristigen Bild, nachdem es so nach oben gegangen ist, und wer jetzt anders als hier, das sieht nicht korrektiv aus. Ja, im Nachhinein kann man jetzt immer noch so machen, das ist aber egal. Also für die Profis unter euch, im Nachhinein würde ich diese Bewegung, weil die ist zu steil für eine Korrektur, dann muss wohl das die Korrektur sein. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, als ich das gesehen habe. Abgesehen davon, dass ich diesen Trigger sowieso latent uninteressant finde, weil der von den Chancen-Risiko-Verhältnissen zumindest bis zum Mindestziel meistens nicht so Burner-mäßig unterwegs ist. Und dass es so kommt, das wusste man natürlich auch nicht. Jetzt ist es aber so gekommen, das heißt, wir haben jetzt gute Nachrichten, offensichtlich, die der Markt auch positiv auffasst. Daraus können wir doch wieder versuchen, irgendetwas zu machen. Ja, was können wir denn jetzt aus der Geschichte machen? Na ja, nachdem wir das hatten, nachdem wir hier diese erste Korrektur hatten, jetzt diesen steilen Anstieg, wir werden sicherlich wieder eine Korrektur kriegen. Wenn wir wieder so eine Korrektur kriegen, die kann so aussehen oder von mir aus so. Wir sind doch jetzt im positiven Modus, also eher in dem Aufwärtstrend. Das heißt, ich würde eher davon ausgehen, dass der Markt auch anschließend nochmal die Aufwärtsrichtung fährt. Das heißt, ihr habt abermals diese Zwischenhoch als mögliche Einstiege. Ich will das nochmal zeigen, häufig höre ich dann, ja, im Nachhinein zeigst du uns das. Ja, das mache ich deshalb, damit sich eure Augen daran gewöhnen. Nicht von wegen, hier hättet ihr Short gemusst, das ist doch Quatsch. Ich möchte, dass ihr, das ist ja schon Geschichte, im Nachhinein kann ich das natürlich immer erzählen. Ich möchte, dass ihr unterscheiden lernt, wenn ihr so eine Bewegung seht und so eine Bewegung. Dreiwellig ist typischerweise Korrektiv. Nicht immer ist das gut erkennbar. Hier sehe ich nichts Dreiwelliges. Es muss aber ja Korrektiv sein, also habe ich jetzt im Nachhinein das gesagt. Wie gesagt, im Vorhinein hätte ich das auch nicht gesehen. Zumindest mal wäre das nicht irgendwie was Beliebtes für meine Augen gewesen. Aber wenn ich sehe, solche Bewegungen, so im Trendkanal, in die Gegenrichtung, wackele ich hier irgendwie sowas. Das sind alles Indizien für die Trendfortsetzung. Das ist jetzt Geschichte. Das müssen wir theoretisch nur zum Üben mal einmal angucken. Aber genau das steht uns doch vielleicht jetzt wieder bevor. Das ist eine starke Richtung. Ich denke, da muss man niemanden von überzeugen, dass das die starke Richtung ist. Jetzt haben wir gesagt, dreiwellig wäre ein gutes Zeichen für eine Gegenrichtung. Dreiwellig sähe zum Beispiel so aus, dass wir einmal runtergehen, vielleicht irgendwie nochmal hoch und danach nochmal runter. Dann ist das exakt das Gleiche wie das hier oder wie das hier oder wie, keine Ahnung, hier müsste man hier im Detail notfalls nochmal gucken. Auch hier ist zumindest mal dreiwellig. Kann man sich jetzt ein bisschen darüber streiten, aber es sind alles eher wackelige Aufwärtsbewegungen im Trendkanal. Wenn wir sowas jetzt bekommen und notfalls auch nochmal mehr wackelige Bewegungen im Trendkanal vergleicht diese Bewegung mit dieser, dann wisst ihr, das ist noch nicht das Ende. Ihr habt die Möglichkeit, über den Zwischenhochs, nicht hier oben, da bin ich kein Freund davon, über den Zwischenhochs die Longposition einzugehen. Nicht, weil wir wissen, dass das passiert, sondern weil wir sagen, es wäre typisch, es ist also gar nicht so unwahrscheinlich und wir haben ein gutes Stück Ziel noch nach oben, während wir nach unten relativ begrenzt sind mit den Risiken. Denn wenn es wirklich hier nach oben geht und können wir den Stopp auch hier unten drunter setzen, weil wenn es nach oben geht, brauche ich nicht abzuwarten, dass es nochmal tiefer geht. Also ich kann nicht sagen, der Zug fährt nach Köln und wenn ich dann sehe, wir sind schon von Frankfurt aus nach Nürnberg unterwegs, dann weiß ich, das ist nicht die richtige Richtung. Da werden wir wohl nicht richtig ankommen. Es sei denn, wir drehen einmal um die Erde drumherum. So, also ihr seht schon, das ist nicht das, was wir wollen. Das heißt, wenn wir das hier als nächstes bekommen, dann haben wir beste Chancen für aufwärts. Und falls wir jetzt das bekommen, was wir natürlich nicht ausschließen können, denn wir wissen, dass Märkte manchmal steil in die Richtung, steil in die Richtung gehen. Wenn wir das hier bekommen, dann sind wir zwar maßlos enttäuscht, weil offensichtlich die Marktteilnehmer den Sinn der Geschichte nicht erkannt haben und dann das, aber dann wehre ich mich doch nicht dagegen. Dann sage ich, naja gut, wenn ihr den Mut verloren habt, bei der nächsten Pause gehe ich in die starke Richtung wieder mit rein und dann mit auf der Abwärtsseite. Im Moment ist das nicht mein präferiertes Bild. Im Moment würde ich eher davon ausgehen, auch aufgrund der Größenverhältnisse, dass wir irgendwie sowas bekommen. Entschuldigung. Und dass wir anschließend ja dann vielleicht mal eine Pause machen und die wird entscheidend sein, ob die korrektiv ist. Und das wäre dann tatsächlich eine Hinführung auf vielleicht hält die Unterstützung hier doch noch für die, die es nicht erkennen können. Ich mache es einmal groß, aber wie gesagt, der Hinweis auf das andere Video, wo ich das ausführlich erkläre, das will ich jetzt hier nicht nochmal breit treten. Diese Logik, die ist übrigens bei fast allen Indizes natürlich so aus den amerikanischen Welten. Also ihr seht, das ist gleich. Auch hier gilt, hätten wir in Kürze, das ist das ein Zeichen, dass das nicht die starke Richtung ist. Wir gehen eher in die starke, die dynamische Richtung und nicht dagegen. Und dementsprechend wären das hier möglicher Einstieg. Ihr könnt auch andere Einstiegsmethoden wünschen oder wünschen ist gut, umsetzen, wenn ihr sagt, naja, ich benutze noch Indikatorenmodelle oder Kendall-Formationen oder was weiß ich was. Das kann man alles da ebenfalls mit hinzuziehen. Aber die Erwartungshaltung, wenn das korrektiv ist, sobald die Korrektur zu Ende ist, geht es nochmal in die starke Trendrichtung. Dafür muss das erstmal korrektiv sein und ihr braucht halt irgendeinen Hinweis, dass die Richtung zu Ende ist. Wie gesagt, ich nehme mir gerne das mit den Zwischenhochs hier und ihr könnt natürlich auch alternativ Kerzenformationen, Indikatorenmodelle oder sonst irgendwie was verwenden, wenn euch das lieber ist oder geläufiger, wenn ihr sagt, die verwende ich sowieso viel häufiger. So, Nasdaq ist natürlich nahezu das Gleiche. Auch hier seht ihr nochmal meine alte Idee. Die alte Idee war zuletzt wackelig, Entschuldigung, steil runter, wenn er wackelig hochkommt, dann nochmal Short und dann seht ihr, das ist etwas, was die Charttechnik kann. Nicht vorhersehen, ob das passiert oder das, sondern sichtbar machen. Ah, es ist offensichtlich nicht das. Für Short gab es in diesem Teilstück null Ambitionen. Null. Was soll ich denn da Short gehen? Ja, da ist keine Ambition für einen echten Short. Im Gegenteil, wir sind jetzt hier auf der Long-Seite unterwegs und man kann es vielleicht schon erahnen, vielleicht ist das sogar schon eine kleine Korrektur, klein, dreiwillig. Naja, das können wir dann nur angucken, ob man dann das auf der Ebene schon handeln mag oder eben nicht. Also sprich, vorläufig die Aufwärtsrichtung, wenn wir diese Zwischenhochs dann entsprechend reißen. So, ich hoffe, dass das euch so ein bisschen ein Beispiel ist, wie wir auf die Märkte gucken, was man daran erkennen kann. Ihr seht, hier hatten wir fast eine ähnliche Situation. Da sind wir auch wackelig gewesen, aber wir haben nicht getriggert. Ah, wackelig gewesen, aber nicht getriggert. Es gab keinen Grund, an den Stellen long einzusteigen. Und diese Bewegung ist ja spätestens hier oder wenn wir hier schon sehr maßgeblich, dann ist das sowieso vorläufig kein Long-Einstieg mehr. Also, den hat man häufig, zumindest mal nach diesen Handelsansätzen verpasst. Das war hier nicht zu erkennen. Da können wir jetzt traurig sein von wegen, ah, guck mal, haben wir nicht gesehen, konnten wir nicht mitnehmen. Da habe ich jetzt diesen grandiosen Gewinn verpasst. Ja, vielleicht hätte man hier auf einer kleineren Ebene irgendwas gesehen, wenn man das denn unbedingt möchte. Gibt es ja auch hier die Möglichkeit, dreiwellig ist immer die falsche Richtung. Ja, also wenn ihr dreiwellig irgendwo was habt, ist natürlich schön, wenn das möglichst unten passiert. Dann kann man da versuchen einzusteigen. Aber wenn ihr auch mal so eine einzelne Bewegung verpasst, ihr seht, das geht also auch in die Abwärtsrichtung. Scharfe Bewegung, wackelig nach oben. Und die Fortsetzung, jetzt wackelt es wieder nach oben. Also, solange wir das hier und dann wieder auf den Unterseiten triggern, sind das eher Fortsetzungen, die nochmal für ein bisschen tiefer sprechen. Ihr seht also, das ist etwas, was ihr auf allen möglichen Zeitebenen anwenden könnt. Diese Videos sind ja eher was für den Nachmittag und deshalb die Anregung, was man jetzt wahrscheinlich heute im Laufe des Tages da erstmal machen kann. So, also nochmal die Anregung, wenn ihr das übergeordnete Bild in diesen Bezug setzen wollt, mit diesen Nachrichten, die wir jetzt jüngst haben, guckt euch das andere Video an. Ich will mich da nicht wiederholen, was die Inhalte angeht, sonst wird das hier zu lang. Euch erstmal alles Gute, viel Erfolg und ich drücke euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Bis dann. Bis dann.